Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4 zu vermieten. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es hat sich ein kleines bisschen was verändert, denn ich musste mit Lassie nochmal so ein bisschen ihre Jobaussichten so ein bisschen, ja wie sagt man, durchgehen. Und habe mich, oder sie hat sich dazu entschieden, jetzt doch InDesignerin zu werden. Einfach weil das anscheinend ein bisschen mehr Geld gibt und da wir uns jetzt erstmal einen Staubsauger kaufen müssen und wir dann wahrscheinlich wieder von den 1700 Euro, ich habe übrigens den Grill auch verkauft, wieder runterkommen, muss sie gleich mal den ersten Auftrag annehmen. Denn das funktioniert so ähnlich, falls ihr es schon gespielt habt, wisst ihr es, wie die Freelancer-Karriere, du nimmst halt die ganze Zeit Aufträge an, so wie du halt eigentlich Bock hast. Spio, was? Verbrecher-Karriere, Spionage-Abzeichen. Haben wir denn schon was bekommen? Wir haben fünfmal Wäsche im Inventar. Ciao. Alles verkaufen, bitte. Spionage. Uh. Packen wir das mal erstmal in sein Zimmer. Wir haben zwar noch kein Geld, um da jetzt irgendwie, ne, uns irgendwie einen Tisch oder irgendwas zu kaufen, aber wir brauchen dringend... ...einen Staubsauger. Am besten einen, der auf dem Boden rumfährt, falls der am günstigsten ist. Ich denke mal nicht, ich denke... Hier, der hier ist am günstigsten. Suchen wir uns doch auch mal einen aus, der hier ein bisschen schön aussieht. Wie wäre es dann mit so einem Orangenen? Ja, das ist doch gut. Den stellen wir erstmal hier hin. Ähm, und dann kaufen wir uns auch definitiv einen Wäschekorb. Definitiv. Und den stellen wir dann hier so an den Rand. So. Ne? Wir müssen uns ja langsam ein bisschen hocharbeiten. Wir fangen natürlich erst mit einer Zimmerrenovierung an. Ähm, beginnt Sonntag. Endet Sonntag. Okay, das nehmen wir mal an. Genau. Kunde, die Hawkins. Das bedeutet, wir müssen erstmal, ähm, die Hawkins besuchen. Beginn 9 Uhr am Sonntag. Wir haben jetzt natürlich noch den Eintag Zeit, aber... Ich glaube, das passt schon. Äh, wir haben... ...ne Speicherkarte bekommen. Wo wir unsere ganzen Sachen drauf speichern können. Ja, sehr gut. Mein Nachbar meinte, auf dem Romantikfestival konnte man super Leute kennenlernen. Sollen wir mal nachsehen, ob er recht hat? Ist das eine Einladung zum Date? Na klar. Ja, mit Geheimnis konfrontieren. Ich glaube, nämlich er mag sie auch ziemlich gern. Und dann sagen wir nämlich, dass wir ihr Geheimnis bewahren. Ja, ich glaube, die freunden sich gerade richtig gut an. Okay, dann geht doch mal hier hin und lernt einfach mal ein paar Leute kennen. Guck mal, die hier sehen doch voll interessant aus. Respektvoll vorstellen. Dann können wir uns auch ihm hier... Moritz ausspionieren. Tja, komm, wir spionieren mal Moritz aus. So richtig, äh, ange... Was hat sie denn da? Blüten im Haar? Ja, stell dich doch noch offensichtlicher hin. Ach, Yoshi. Die schwanger? Okay, ich glaube, sie ist schwanger. Wer ist denn das? Lien und Sadie. Oh, die kriegen noch ein Kind. Oh, sie malt ihre Family. Oh, ist das süß. Oh, ist das cool. Bewässern. Was ist denn jetzt passiert? Hä? Wieso sind wir jetzt hier zu Hause... Nein, weil er zur Arbeit gegangen ist. Oh mein Gott. Komm, dann gehen wir mit Lassie hin. Wir müssen ja eh so ein bisschen Zeit überspringen. Äh, das war jetzt in... Äh, ich bin überfordert. Cool, Persönlichkeit erforscht. Immer so ein bisschen blöd, wenn ein Zimmer mal so richtig... Also wenn er abends arbeiten muss. Was wollten wir denn jetzt machen? Hier. Äh, geht doch mal dahin. Und zusammen bewässern. Macht das doch mal. So ein bisschen Gartenfähigkeit aufbauen. Ähm. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Paradies Vogelblume ernten. Hat die Fähigkeit erworben. Mag sie nicht. Mag sie nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alles ernten. Genau, ja. Jetzt... Äh, das ist ja voll cool. Und dann kannst du sich einen Kakao einschenken. Ich hoffe. Nicht, dass wir dafür noch extra bezahlen müssen oder so. Das könnte nämlich hier die Kakao-Dose sein. So. Da. Bitte. Heißen Kakao. Mit Marshmallows. Ja, okay. Das kostet nicht viel. Let's go. Das ist ein ziemlich heller Kakao. Ach so. Okay, alles klar. Wer macht denn auch Kakao in so... Ja, ich weiß nicht. Tee und heißes Wasser. Bestes heißes Wasser der Welt. Heißer Earl Grey. Oh ja. Heißer Earl Grey. Let's go. Gleich einmal Waffeln machen. Und haben dann wieder was zum Frühstück. Für alle. Und ich dachte, sie hat sich ihre Beine rasiert. Aber okay. Vielleicht hat sie für einen Rasierer auch momentan kein Geld. Das kann natürlich auch sein. Auch wenn wir instant direkt... Wir haben Geld bekommen. Oh! Sogar eine Beförderung! Oh mein Gott. Wie cool. Dann sind die fertig. Sind sogar vegetarisch. Hier hingehen. Ich glaube, die sind doch mit Milch gemacht. Oder Milch? Ist das nicht laktoseintolerant? Das ist jetzt so die andere Sache. Ähm. Hallo? Waffeln nehmen. Sehr cool. Ich liebe das. Es sieht... Oh mein Gott. Das sieht so gut aus. Okay. Den Teig. Den stellen wir in den Kühlschrank. Die Blumen. Oh mein Gott. Die Blumen werden wir verkaufen. Oh! Leute. Lukrativer geht's ja nicht. Oh mein Gott. Wir haben genug, um jetzt erstmal über die Runden zu kommen. Und vielleicht sogar Wohnzimmer einzurichten. Einen kleinen Fernseher. Eine kleine Couch. Das wäre doch supi. Nein. Verflucht. Irgendwas ist verflucht. Oh mein Gott. Das ist neu. Das ist neu in dem Erweiterungspack. Ich muss das einmal ganz kurz vorlesen. Eine Welle unglücklicher Ereignisse wurden oder wurde ausgelöst und alles scheint auf einen Fluch hinzudäuben. Es wird Zeit, ein wenig Detektivarbeit zu betreiben, um die Ursache des Fluchs zu finden. Oder rufe den Sim an, dem das Mietobjekt gehört, damit er sich um das Problem kümmert. Okay, wir gehen nächstes Mal mit ihr zur Arbeit. Wir schicken sie erstmal alleine los. Was ist passiert? Wo ist das Buch? Frage ich mich auch. Da ist ein Buch. Es ist einfach aufgetaucht. Ach du Heilige. Verfluchtes Buch zerstören oder verschicken? Fluch verschicken. Verfluchtes Buch zerstören. Wir zerstören es. Wir versuchen es zumindest zu zerstören. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Klasse, dass du... Was? Klasse, dass du dich um das Verfluchte Buch gekümmert hast. Die Mieteinheit Bewertung ist folglich gestiegen. Der Eigentümer hat dem... Eigentümer Sim hat dir eine Hilfe bei der Lösung des Problems geschickt. Oh mein Gott, okay. Es ist aber einfach plötzlich aufgetaucht, dieses Buch. Das hatte nichts mit Spionage zu tun. Ich dachte, dass wenn man spioniert, dass man das Buch dann findet. Das ist ja so krass. Es ist auf einmal aufgetaucht. Einfach so. Und da kommt jetzt erstmal ein klitzekleiner Fernseher rauf. Dann haben die wenigstens einen kleinen Fernseher. Das ist doch gut. Können die da wenigstens ein bisschen Fernsehen gucken. Maurice Schäfer. Flohmarkt. Dann zeige ich dir, wie ein echter Profi die Preise drückt. Zum Flohmarkt? Leute, vielleicht finden wir da ja Schnäppchen. Let's go. So, Federchenfrost macht gerade Sommerpause. Alles klar. Was ist das denn? Sind das Froschis? 30 kosten die. 10 und 25. Boah. Wenn man die züchtet, dann könnte man auch richtig viel Geld damit machen. Kaufen. Wir kaufen die. Wir kaufen die alle. Neue Fischspiezi ist bestimmt. Okay. Gut. Okay. Immer noch fleißig arbeiten. Na, das ist doch gut. Kontrolle auf Tora umschalten. Um sich kümmern. Kann sie mal machen. Okay, gut, Leute. Dann würde ich sagen, beenden wir diesen Part hier auch. Wir werden in Zukunft noch mehr Geheimnisse mit unserem lieben Yoshi aufdecken. Und uns noch ein bisschen mehr um das Verbrecherleben kümmern. Genauso wie natürlich um die Inneneinrichtungskarriere. Und ja, damit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Genau. Sehr schön. Lasst sehr gerne ein Like und ein Abo, daumen nichts mehr zu verpassen. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. 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 Bye.